Ich lerne Deutsch. Nummer 2077 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Arm tut bei jeder Bewegung weh. Mein Arm tut bei jeder Bewegung weh. Wir warten auf den Beginn der Telefonkonferenz, die sich um einige Minuten verzögert. Ich stimme dem zu. Ich bin deiner Meinung. Ich stimme dem zu. Ich bin deiner Meinung. Ich stimme dem zu. Ich bin deiner Meinung. Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Als Anwalt recherchiere ich nicht nur im Internet, sondern brauche für meine Arbeit auch immer wieder Bücher. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Mit Unterstützung der Stadt konnte unser Verein den ersten Spielplatz in der Umgebung errichten. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. Vielleicht werde ich ja in diesem Weidenkorb fündig. Lass den Regenschirm sofort los. Es ist meiner. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Erzähle mir mehr darüber. Das ist ein sehr interessantes Thema. Erzähle mir mehr darüber. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes meines Patienten. Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Ich bestätige die Reservierung eines Tisches für vier Personen heute um 20 Uhr. Yoga verbessert nicht nur die Fitness, sondern baut auch Stress ab und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Und was mache ich jetzt mit der Brille? Wie benutze ich sie? Welchen Vorteil habe ich davon? Und was mache ich jetzt mit der Brille? Wie benutze ich sie? Welchen Vorteil habe ich davon? Wir gehen Hand in Hand durchs Leben und sind für immer miteinander verbunden. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben und sind für immer miteinander verbunden. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben und sind für immer miteinander verbunden. Positives Denken führt zu positiven Ergebnissen. Deshalb sind wir so erfolgreich. Positives Denken führt zu positiven Ergebnissen. Deshalb sind wir so erfolgreich. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Der Schwimmring passt nur dann ins Auto, wenn du die Luft herauslässt. Der Schwimmring passt nur dann ins Auto, wenn du die Luft herauslässt. Der Schwimmring passt nur dann ins Auto, wenn du die Luft herauslässt. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Bestellen per Smartphone und bezahlen per Kreditkarte geht schnell und effizient. Bestellen per Smartphone und bezahlen per Kreditkarte geht schnell und effizient. Die Krankenschwester besucht meinen Vater. Sie kümmert sich gut um ihn. Die Krankenschwester besucht meinen Vater. Sie kümmert sich gut um ihn. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Krankenschwester besucht meinen Vater. Sie kümmert sich gut um ihn. Die Krankenschwester besucht meinen Vater. Sie kümmert sich gut um ihn. Die Krankenschwester besucht meinen Vater. Sie kümmert sich gut um ihn.